Plantar-Fasziitis Plantar-Fasziitis, was ist das und was hilft dagegen? Bei der Plantar-Fasziitis handelt es sich um eine Entzündung der Plantar-Fasziere. Das ist eine Sehnenplatte, die unter dem Fuß von der Fase zum vorderen Fußballen zieht. Die Plantar-Fasziere erhält die Längswölbung des Fußes und verhindert ein Absinken des Fußgewölbes und somit die Entstehung eines Plattfußes. Wir erklären dir hier, wie es zu einer Entzündung kommen kann, was du dagegen tun kannst und wie du einer solchen Entzündung vorbeugen kannst. Ursachen einer Plantar-Fasziitis beim Laufen federt die Plantar-Fasziere, stützt sich beim Auftreten ab und stabilisiert das Fußgewölbe nach unten hin. Durch eine ständige Reizung der Sehnenplatte entzündet sich diese und es entsteht eine Plantar-Fasziitis. Besonders Menschen, die joggen, weichen oder viel laufen können von einer Plantar-Fasziitis betroffen sein. Folgende Faktoren begünstigen zusätzlich die Entstehung einer solchen Entzündung, Beinlängendifferenzen, ungleich ausgebildete Muskulatur, Z, B, in Knie, Hüfte, Rumpf, Fußfehlstellungen wie beispielsweise Plattfuß oder Senkfuß und eine mangelhaft ausgebildete Fußmuskulatur. Bei Personen mit Plattfuß befindet sich die Plantar-Fasziere durchgehend in einem überdehnten Zustand. Die ständige Überdehnung führt zu einer Reizung und bei weiterer Belastung beim Laufen zu einer Entzündung der Plantar-Fasziere, der Plantar-Fasziitis. Läufer mit Hohlfuß haben ähnliche Probleme. Das übermäßig ausgeprägte Fußgewölbe bringt eine große Dehnung auf die Sehnenplatte, die auch hier einer dauerhaften Reizung bei Bewegung ausgesetzt ist. Bei regelmäßiger übermäßiger Belastung reagiert die Sehnenplatte der Fußsohle auch hier mit einer Plantar-Fasziitis. Weitere Ursachen sind über Gewicht und langes Stehen. Symptome Obwohl die Sehnenplatte sich hauptsächlich unter dem Fußgewölbe befindet, macht sich eine Plantar-Fasziitis durch Schmerzen an der Fase bemerkbar. Wird die Entzündung nicht behandelt, kann am Ursprung der Plantar-Faszie ein kleiner Knochenauswuchs entstehen, der Fersensporn. Der Fersensporn ist ein Knochenauswuchs, der vom Fasenbein aus in Form einer Art Zahn an der Fußunterseite in Richtung der Zehen zeigt. Ein Fernsensporn ist schmerzhaft und langwierig. Daher solltest du unbedingt zum Arzt gehen und eine Plantar-Fasziitis gut auskurieren. Behandlungsschonung grundsätzlich ist bis zur vollständigen Abheilungsschonung angesagt. Beginnt der Fuß zu schmerzen, muss sofort mit der Belastung laufen, stehen, aufgehört werden. Der Arzt wird entzündungshemmende Tabletten oder auch Spritzen einsetzen, um die Entzündung abklingen zu lassen. Muskelaufbau unterstützend sollte mit speziellem Muskelaufbau begonnen werden, um die Sehnenplatte zukünftig zu entlasten. Empfehlenswert ist in jedem Fall eine Kräftigung der Fußmuskulatur. Auch das Auftrainieren der Wadenmuskulatur sollte während der Genesungsphase geschehen. Ebenso wichtig ist eine optimale Dehnfähigkeit der Wadenmuskulatur und der Achillessehne und der unteren Fußmuskulatur. Diese Übungen können alle auch zu Hause durchgeführt werden. Ananas-Enzym Bromelain unterstützend hilft auch Bromelain. Die Ananas enthält das Enzym Bromelain, das Entzündungen lindert und Schwellungen zurückgehen lässt. Daher wird dieser Wirkstoff auch oft nach Zahnoperationen oder kieferchirurgischen Eingriffen empfohlen. Um die nötige Menge an Bromelain aufzunehmen, muss man schon sehr viel Ananas in den Speiseplan integrieren, aber es gibt den Wirkstoff auch konzentriert in Tablettenform zu kaufen. Pflanzliche Kost bevorzugen tierisches Eiweiß und tierische Fette fördern Entzündungsprozesse im Körper. Daher sollte man bei Plantarfasziitis und anderen entzündlichen Gelenkerkrankungen und daraus resultierenden Schmerzen seinen Konsum an tierischen Produkten, Fleisch, Milchprodukte etc. stark einschränken oder darauf verzichten. Vorbeugung Übergewicht verlieren Übergewichtige Menschen haben sehr hohe Entzündungswerte im Blut, da der Körper das Übergewicht als krankhafte Veränderung auffasst. Dies verhindert oder verlangsamt das Abheilen von entzündlichen Gelenkbeschwerden. Außerdem, je weniger Gewicht auf den Fuß trifft, desto besser ist das für den gesamten Sehnen- und Muskelapparat. Und nicht nur an den Füßen. Auch die Kniegelenke freuen sich über jedes Kilo weniger. Ein Mensch mit 30 Kilogramm Übergewicht schleppt, bildlich gesprochen, bei jedem Schritt einen Reisekoffer mit sich herum, der weltweit als schwergewichtiges Übergepäck zum Schutz der Gepäckarbeiter gekennzeichnet werden muss. Was für Gepäckarbeiter weltweit verboten ist, tun sich Übergewichtige bei jedem Schritt selbst an. Training anpassen Wer Lauftraining macht, sollte seine Laufzeit langsam steigern und keine großen Trainingssprünge machen, damit die Sehnen und auch die Muskulatur sich an die Belastung gewöhnen und anpassen können. Am Lauftraining niemals das Dehnen vergessen und Kräftigungsübungen der Bein- und Fußmuskulatur in das Training mit einbeziehen. Ungleichheiten ausgleichen Wenn du ungleich lange Beine hast, lasse dir entsprechende Einlagen verpassen, um die fehlende Länge auszugleichen. Ist deine Muskulatur ungleich ausgebildet, zum Beispiel nach einer Verletzung, achte darauf, sie durch gezieltes Training auf beiden Seiten gleich stark aufzubauen.